Wir sind wieder hier in der Schmiede. Äh, was haben wir gesagt? Oh! Komplett vergessen, dass das Ding existiert. Ähm, ja, genau. Wir haben hier ein paar Schwerte. Wir haben hier einen Magiestab. Wir haben hier jetzt noch einen neuen Amboss. Mit Lava durchströmt, dass die Hitze da bleibt. Ähm. Wo war ich überhaupt dran? Ich glaub, genug Krux hatten wir noch gerade. Sonst hätte ich so was, glaub ich, hier reingemacht. Äh. Komplett hab ich ein Geld. Ich glaub, der Ding ist, äh. Da hab ich auch Magie. Ah, der Spitzhack wollte ich mal als nächstes nehmen. Das trömt. Na, erstmal haben wir hier noch eine Cola. Das bedeutet, ich kann nur ein Ding basteln. Wir haben noch eine bessere Spitzhack. Hacke. So. Ah, hab ich ein bisschen Dreck dahinter getroffen. Aber wir brauchen jetzt diese Wippen. Ist kein Rohstoff, aber ich nehm es. Nix. Besser wie... Minus. So vorragende Minuswert. Was haben wir hier? Meine Herz sieht aus wie Eisen. Uh, ich komme weg. Ja, 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 ich bin da, ich bin da, ich bin da. So. Okay. So. Da hat sich wieder alles fallen lassen. Genau. Ah, da ist er drauf. Und... Schwert. So. Ah, zumindest ein bisschen Schliff auch das Schwert hier. So. So. Bin ich eigentlich langsam geworden hier drin? Ich glaube schon, wa? Ah, da ist schon mal ein schönes Start-Ergebnis. Ich glaube, ich habe einen dafür hier drin gegeben. So. So. Und total willkommen dafür. 96, jawoll. Na, da ist schon mal ein schön... Ja. Genau das würde ich auch machen als erstes. Einfach in der Luft schweben. Stimmt. Die Maus war ein bisschen umgedreht hier. Und dann wird jetzt weitergekommen. Und dann wird jetzt weitergekommen. Da haben wir einen Knochenbimmel. Mit... Einen Schabeln. Ah, da habe ich schon... Daumenschutz. Mit dir. Da, da muss ich runtergekommen. Jetzt gucken wir, was wir hier weiter noch ausbekommen haben. So sehen wir gerade nichts. Warte mal an der Hinterseite, vielleicht ist da noch was. Toberwachtungen, grabe ich hier weiter und ich finde ein Kreuz, gleich mal wieder beten. Da haben wir eine Kohle, einmal mehr schmarzen. Brauchen wir noch was raus? Nein, wir kommen nichts raus. Ein Bronze. Hervorragend Dreck geschuftet. Das hört sich an die Kundschaft. Ey, hier ist es schon, äh, und gekulert. Klopf, 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 ich habe ihn gehört, ich komme. So, wieder Schwertchen zusammen besetzen, ne? Aber wir sind hier ein guter Schmied, wir machen das für die Kundschaft. Aber wir bekommen das Stumpfschwert, ich bekomme da keinen Aufpreis für. Hätte ich aber gerne, aber ist nicht so. Hatte ich nicht extra breiter Hammer? Dürfen Sie sich auch mal das neue, äh, andere Zeug runterlieren oder Standard? Also, äh, Masseproduktion selber, äh, selber Schwertchen, ne? Okay, wiedersehens. Oh, ich glaube, ich habe, äh, durch irgendwas wieder Rappen bekommen. Ähm, Erz. Erz weg. Ist jetzt mein Erzfeind? Haha. Äh, ich glaube, äh, wo könnte es hin sein? Ich bin nicht aus Versehen da reingesprungen, ne? Na gut, einmal Eisen weniger. Hier ist jetzt so, ne? Kreuz, da kommen noch andere Kräftstücke zur Sammlung. So. Und er hier ist wieder runter. Warte, bis Kundschaft kommt, die unsere Waren kaufen wollen. Und jetzt brauche ich mir erst, um mehrere Waren zu herstellen. Ich hoffe nur, dass es mal zwischendurch was rauskommt. Dass diese Mine hier nicht erschöpft ist. Warte, was? Ne. Nur meine Halluzination, die hier wieder funktioniert. Minecraft geht schneller. Oh, nein. Ist das Bronze oder Goldenes Kreuz? Sieht aus wie Golden, ne? Aber Goldenes Kreuz, ich finde. Warte, mich so erwarten, weil hier, äh, warte, hier mal drüber stand, dass da so viele Artefakte so nah dran sind und so viele Wertstoffe. Vielleicht war mal hier die, äh, St. Peters Kirsche drauf. Oh, jetzt unsere bescheidenen Schmini da haben. Ah, ein Arm reif. Also Artefaktechnisch geht gar nicht gut, oder? Müssen wir nur verkaufen. Oder für den Altar verwenden. Äh, wann ich den mir hole. Und weiter wird ja macht. Oder gebuddelt, was ihr sagt. Ressourcen finde ich gerade nicht, ne? So, was möchte die gute Kundschaft von uns heute haben? Ein Schwert. Ein magischer Stab. Dienstleistung. Ja. Dienstleistung. Dienstleistung. Äh, 100 Kohle pro Mal, ne? Kann sich darüber, äh, eigentlich nicht beschwinden. Nur, da. Da ist Griff. Letztlich Schwert finden. So. Unsere assemblagequalität wird, äh, steigert zumindest jetzt. Und der nächste Pammel. Ja. Aber weißt du. Ist ja gut, dass die Leute hier zumindest um Fachkraft kommen. Ich weiß zumindest, wie man die Dinge hier erst zusammensetzt. Obwohl ich mal gerne gesehen hatte, wie... was man gerade mein Rap-Boost war. Was für eine heroische Geschichte da, äh, da spielte. Mineralien? Keine Mineralien. Irgendwie kommt mich hier ein bisschen leer vor an mir. Ja. Am Anfang dann ein bisschen voller. Kristall. Ja. Da freut man sich doch sicher drüber. Schon schönes, wunderbares Ding. Nix. Gut, da war da. Gut für Stück. Gut für Stück. Gut für Stück. Gut für Stück. Dreck. Nichts wertvolles. Ohne Neuenbeeruhrungen zu Stülpen. Naja. Jetzt mal wieder mit zaubertambronzen Schwert. die fackten hier die müssen mal gelagert werden so rein da rein da und rein da rungs ist drin kristall wird eben weggelegt ein kühlschirm dann lassen wir den koffer schmelzen und erwarten den nächsten kunde ich glaube hier ist alles besetzt war ja nichts nichts billiges hier Okay, wir machen mal eine Wette hier. Wir machen mal hier auf. Oh, das schaffte ich wollen. So, als ich mir selber sage, wir sehen uns nächste Folge. Ich mache mal Neustart, weil ich glaube, hier die FPS ist jetzt gerade Schrott. Nun ja, ich würde sagen, bis gleich.